Kurzgeschichten von Howard Phillips Lovecraft Eine Produktion der GM Factory Gelesen von Gregor Schweitzer Kurzgeschichten von Howard Phillips Lovecraft Erschienen im Fester Verlag Borsdorf bei Leipzig Aus dem Amerikanischen von Uschkiausch und Joachim Körber Vier Uhr Gegen zwei Uhr morgens wusste ich, dass es bald so weit sein würde Das sagte mir die düstere, tiefe Stille der Nacht Und eine scheußliche Grille, die mich mit ihrem hartnäckigen Zirpen so nervte, dass es kein Zufall sein konnte, bestätigte es mir Es soll um vier Uhr geschehen, um vier im Halbdunkel vor Tagesanbruch, genau wie er gesagt hat Bislang hatte ich es nicht recht geglaubt, denn die Prophezeiungen rachsüchtiger Verrückter sind ja nur selten ernst zu nehmen Außerdem konnte man gerechterweise ja nicht mich für das verantwortlich machen, was ihm an jenem Morgen um vier Uhr zugestoßen war An jenem entsetzlichen Morgen, den ich niemals vergessen werde Und als er schließlich gestorben und auf dem uralten Friedhof begraben worden war, der von meinen Ostfenstern aus gesehen unmittelbar gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt War ich mir sicher, dass sein Fluch mir nichts würde anhaben können Hatte ich nicht mit eigenen Augen gesehen, wie riesige Schaufeln voller Erde seinen leblosen Körper für alle Zeiten bedeckten? Konnte ich nicht beruhigt davon ausgehen, dass mir das schlimme Ende, für das er mir den genauen Tag und die genaue Stunde genannt hatte, erspart bleiben würde? Wie sollten seine zerbröselnden Knochen solche Macht ausüben können? Solchen Gedanken hatte ich mich tatsächlich die ganze Zeit über hingegeben, bis zu dieser schlimme Nacht ungeahnter böser Vorzeichen, in der ein unfassbares Chaos über mich hereinbrach und alle meine Gewissheiten erschütterte In der naiven Hoffnung, trotz der über mir hängenden Prophezeiung ein paar Stunden Schlaf zu finden, war ich früh zu Bett gegangen Jetzt, da die angekündigte Zeit so nahe gerückt war, fiel es mir schwerer und schwerer, die unbestimmten Ängste, die ich unbewusst stets gespürt hatte, als unbegründet abzutun Zwar kühlten die Laken meinen überhitzten Körper, aber ich fand nichts, das meinen weit mehr überhitzten Geist besänftigen konnte So lag ich hellwach da, wälzte mich unruhig hin und her, probierte erst die eine Lage, dann die andere aus und versuchte verzweifelt durch den Schlaf diesen einen, ebenso hartnäckigen wie schrecklichen Gedanken zu verdrängen, dass es um vier Uhr geschehen würde Lag diese angsterfüllte Unruhe an meiner Umgebung? An diesem verhängnisvollen Ort, wo ich mich nach so vielen Jahren wieder aufhielt? Warum nur fragte ich mich jetzt voller Bitterkeit, hatte ich mich wegen verschiedener Umstände darauf eingelassen, ausgerechnet diese Nacht in dem wohlbekannten Haus und in dem wohlbekannten Zimmer zu verbringen, Dessen Ostfenster auf die einsame Straße und den uralten Friedhof dahinter hinaus gingen? Geistig hatte ich jede Einzelheit dieser schlichten Totenstadt vor Augen, den weißen Zaun, die gespenstischen Granitpfeiler und die über allem schwebende Aura derjenigen, von denen sich die Würmer näherten Schließlich führte mich die Kraft der Vorstellung in eher abseitige und eigentlich verbotene Tiefen Unter dem ungepflegten Rasen sah ich die reglosen Formen der Wesen, von denen diese Aura ausging Die gelassenen Schläfer, die Verwesenden, diejenigen, die sich in ihren Särgen verzweifelt hin- und hergewälzt hatten, bis der Schlaf kam Und die friedlichen Knochen in jedem Stadium des Verfalls vom vollständig erhaltenen Skelett bis zum Staubhäufchen Am meisten beneidete ich den Staub Als ich in meiner Fantasie auf sein Grab stieß, überkam ich erneutes Entsetzen Ich wagte nicht, meine Gedanken darin umherschweifen zu lassen Vermutlich hätte ich aufgeschrien, wäre dieser böswilligen Kraft, die meine inneren Bilder lenkte, nicht etwas in die Quere gekommen Es war ein plötzlicher Windstoß, der mitten in dieser ruhigen Nacht aus dem Nirgendwo heranbrauste Er rieß die Fensterläden des nächstgelegenen Fensters auf und warf sie mit lautem Krachen und Scheppern so zurück, dass sie den Blick auf den uralten Friedhof freigaben, der unter dem gespenstischen Mondlicht der frühen Morgenstunden da lag, als ob er etwas ausbrütete Mittlerweile war ich hellwach Ich habe diesen Windstoß wie irgendeine gnädige Störung erwähnt, doch inzwischen weiß ich, dass es nur eine flüchtige Unterbrechung war, die ihren Spott mit mir trieb Denn kaum hatte mein Blick die mondlichtgetauchte Szenerie erfasst, bemerkte ich ein neues böses Vorzeichen, das von den schimmernden Grabplatten jenseits der Straße ausging Diesmal war es so eindeutig, dass ich es nicht als Hirngespinst abtun konnte Nachdem ich mit instinktiver Vorahnung zu der Stelle gespäht hatte, in der sein Leichnam vermoderte, der Fensterrahmen verhinderte, dass ich sie genau ausmachen konnte, sah ich vor Angst zitternd, dass aus eben dieser Richtung ein bedrohlich wirkendes, unbeschreibliches Etwas heranschwebte Es war eine nebelhafte, gestaltlose Masse aus grau-weißer Substanz, so sie den Substanz besaß Bislang war sie noch schwach ausgeprägt und träge Doch von Sekunde zu Sekunde nahm sie an Umfang zu, was verheerende Wirkungsmöglichkeiten verhieß So sehr ich auch versuchte, diese Masse als natürliches meteorologisches Phänomen abzutun wuchsen in mir angesichts dieses unheilverkündenden, absichtsvollen Vorzeichens Angst und Entsetzen Deshalb war ich auf den bösen Höhepunkt, auf den dies alles zusteuerte, durchaus vorbereitet Dieser ebenso schlichte wie bedrohliche Höhepunkt ließ auf ekelhafte, symbolische Weise das Ende ahnen Mit jedem Augenblick verdichtete sich der Nebel und ballte sich zusammen Schließlich war er fast mit Händen zu greifen Zugleich nahm die mir zugewandte Oberfläche eine kreisförmige und deutlich nach innen gewölbte Gestalt an Nach und nach hielt der Nebel inne, drang nicht weiter vor und blieb wie ein Gespenst am Ende der Straße stehen Und während er im Schein des krankhaft bleichen Mondes in der feuchten Nachtluft waberte bemerkte ich, dass er dem fahlen riesigen Zifferblatt einer verformten Uhr ähnelte Was danach folgte, waren grässliche, dämonische Erscheinungen Auf der rechten Seite des leicht verschwommenen Ziffernblatt nahm eine furchterregende, düstere Kreaturgestalt an, die jedoch keine scharfen Umrisse hatte und nicht genau zu erkennen war Allerdings fielen mir vier herausragende Klauen auf, die sich gierig nach mir ausstreckten Durch ihre Konturen und Position auf dem wabernden Zifferblatt erinnerten sie mich an das über mir schwebende Verhängnis Denn es war nicht zu übersehen, dass sie die Zahl vier anzeigten Gleich darauf löste oder schlängelte sich das Ungeheuer aus dem Zifferblatt und näherte sich mir durch eine für mich nicht nachvollziehbare Bewegung Dabei bemerkte ich, dass die vier langen, dünnen Klauen in fadenartige Tentakel übergingen, die alle eine eigene Intelligenz zu besitzen schienen Unablässig tasteten sie ihr Umfeld ab, erst langsam, dann immer schneller, bis mich schon der Anblick ihrer schwindelerregenden Bewegungen fast verrückt machte Und als Krönung hörte ich in dieser unnatürlichen stillen Nacht auf einmal alle sonst kaum vernehmbaren geheimnisvollen Geräusche Nun tausendfach verstärkt durchbrachen sie das Schweigen Wie eine einzige Stimme riefen sie mir die gefürchtete vierte Stunde ins Gedächtnis Vergeblich versuchte ich sie auszublenden, indem ich mir die Decke über den Kopf zog Vergeblich versuchte ich sie mit meinen Schreien zu übertönen Es hatte mir die Sprache verschlagen und ich war wie gelähmt Und trotzdem war ich mir in dieser an den Nerven zerrenden, ins verfluchte Mondlicht getauchten Stille jeder unnatürlichen Erscheinung und jedes unnatürlichen Lautes auf quälende Weise bewusst Ein einziges Mal gelang es mir, den Kopf unter die Bettdecke zu stecken Das war, als das Grillengetöse vier Uhr mir den Schädel zu springen drohte Aber das machte alles nur noch schlimmer Denn nun trafen mich die dröhnenden Schreie der widerlichen Kreatur wie Schläge eines gigantischen Vorschlaghammers Als ich meinen gemarterten Schädel schließlich aus der nutzlosen Überdecke hinaus streckte, beleidigten weitere Teufeleien meine Augen Über die frisch gestrichenen Wände meiner Wohnung tanzten keck unzählige schwarze, graue und weiße Wesen als hätte das Monster mit den Tentakeln sie aus ihren Gräbern gerufen Nur die Fantasie der von Gott verdammten reichte dazu aus, sich diese Wesen auszumalen Manche waren winzig, andere riesengroß Jedes davon wich in seinen grotesken, abstoßenden Einzelheiten geringfügig von allen anderen ab Doch trotz ihres sehr unterschiedlichen Umfangs sahen alle so aus, als wären sie ein und demselben Albtraum entsprungen Erneut und ebenso vergeblich wie zuvor versuchte ich diese höllischen Ausgeburten der Nacht mit Missachtung zu strafen Mal wuchsen die tanzenden Wesen auf der Wand, mal schrumpften sie zusammen, mal kamen sie näher, mal zogen sie sich zurück während sie sich ihrem perversen, aggressiven Rhythmus hingaben Und jedes Wesen glich einem dämonischen Zifferblatt, dessen Zeiger stets dieselbe Stunde anzeigten Die gefürchtete verhängnisvolle Zahl vier Da jeder Versuch scheiterte, die mich unablässig bedrängenden Szenen eines Albtraums auszublenden spähte ich nochmals zu dem Fenster mit den offenen Holzläden hinüber und sah erneut das aus dem Grab entstiegene Monster Schon zuvor hatte es einen abscheulichen Anblick geboten Jetzt spottete es jeder Beschreibung Die Substanz der Kreatur war früher nicht genau zu bestimmen gewesen Nun bestand sie aus einem rotglühenden, bösartigen Feuer Immer noch fuchtelte sie mit den vier in Tentakel endenden Klauen herum Nur hatten sich diese mittlerweile in lebhaft züngelnde Flammen verwandelt Unablässig starrte mich das Monster aus dem Dunkeln an, als wollte es sich über mich lustig machen Mal rückte es vor, mal wich es leicht zurück Schließlich deuteten seine vier züngelnden Feuerklauen einladend auf die Mitspieler an den Wänden die dort immer noch ihren Teufelstanz aufführten Und es kam mir so vor, als schlügen die Flammenzungen den Takt zu dieser obszönen Sarabande Die ganze Welt wirbelte wie ein schauriger Reigen von springenden, hüpfenden, gleitenden, höhnischen und zugleich bedrohlichen vier Uhrziffern um mich herum Von irgendwo vernahm ich das erste Rauschen des frühmorgendlichen Windes Zunächst nur schwach und in weiter Ferne Doch nach und nach drang der Wind über das unergründliche Meer und die fieberheckenden Sumpfgebiete hinweg weiter vor Und das Rauschen wurde immer lauter Bis aus dem unaufhörlichen Tosen der lärmenden Kakophonie von Tönen eindeutig eine grauenhafte Botschaft herauszuhören war, die sich ständig wiederholte Vier Uhr, vier Uhr, vier Uhr Das anfängliche Flüstern des Windes hatte sich zu einem ohrenbetäubenden Brausen gesteigert das dem Rauschen eines gigantischen Wasserfalls glich Doch nachdem dieser Lärm seinen Höhepunkt erreicht hatte, ebbte er nach und nach wieder ab Während er in der Ferne verklang, blieb in meinen Ohren ein Vibrieren zurück Wie es sonst ein vorbeisausender, schwer beladener Güterzug verursachen mag Darüber hinaus hinterließ der Wind bei mir aber auch Furcht Und diese Furcht war so überwältigend, dass darin auch die Gelassenheit der Schicksalsergebenheit mitschwang Das Ende ist nahe Alles, was ich gehört und gesehen habe, hat sich zu einem einzigen gewaltigen, laut tosenden Strudel tödlicher Bedrohung vereint Darin sind alle grauenhaften, dämonischen Vier Uhrziffern, die es seit Menschen Gedenken gibt, miteinander verschmolzen Und auch diejenigen, die es bis in alle Ewigkeit geben wird, sind in diesen Strudel eingegangen Das vor Flammen lodernde Monster rückt jetzt nahe an mich heran Seine dem Grab entsprungenen Tentakel streichen mir bereits übers Gesicht Und die gierig ausgefahrenen Klauen tasten sich zu meiner Kehle vor Endlich geben die aufgewühlten, phosphoreszierenden Nebelschwaden der Friedhofsluft sein Gesicht frei Mit quälenden Schuldgefühlen wird mir bewusst, dass es im Grunde ein grässliches, riesiges Zerrbild seines Gesichtes ist Auch wenn es an das groteske Gesicht eines Wasserspeiers erinnert Es ist das Gesicht desjenigen, der aus dem Grab, in dem er keine Ruhe fand, herausgekommen ist Jetzt weiß ich, dass mein Schicksal tatsächlich besiegelt ist Dass die wilden Drohungen des Verrückten in Wirklichkeit die teuflischen Verwünschungen eines mächtigen Feindes waren Meine Unschuld wird mich nicht vor der bösartigen Willenskraft schützen, die grundlos nach Rache giert Er ist entschlossen, mir das mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen, was er in jener gespenstischen Stunde erlitten hat Entschlossen, mich aus dieser Welt zu zerren und gewaltsam in jene Regionen zu entführen Die nur den Wahnsinnigen und den vom Teufel Besessenen bekannt sind Und während die glühenden Klauen nach meiner Kehle greifen Inmitten der siedend heißen Höllenflammen und des Getümmels der Verdammten Höre ich auf dem Kaminsims das leise Surren einer Uhr Es verrät mir, dass sie gleich die Stunde schlagen wird, die mir dieses klapprige, dem Grab entstiegene Monster höhnisch krächzend in Erinnerung ruft Unablässig kündigt sein höhlenartiger Rachen, der Rachen eines Toten, diese Stunde an Die verfluchte, teuflische Stunde vier Uhr Die verfluchte, teuflische Stunde vier Uhr